Mit Firefox klar ist Mozilla 2017 ein echter Kugelungen. Allein im ersten Monat nach dem Erscheinen verzeichnet sie die App eine Million Downloads. Der schlanke Browser ist von Anfang bis Ende auf den Schutz der Privatsphäre ausgelegt und dabei auch noch rasend schnell. Besonders praktisch ist, dass beim Besuch einer Website jederzeit die Session-Daten gelöscht werden können. Der Anti-Tracking-Schutz lässt sich dabei jederzeit bequem anpassen. Wer diesen jedoch konsequent durchziehen will, sollte auch die Social-Media-Plugins immer deaktiviert lassen. Firefox klar ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Die Entwickler von KeepSafe haben sich schon mit der Fototresor-App einen Namen gemacht. Jetzt bringen die Datenschutzexperten auch ihren ersten Mobilbrowser auf den Markt. Der KeepSafe-Browser funktioniert vom Prinzip her ähnlich wie Firefox klar, bringt darüber hinaus aber noch einige weitere Funktionen mit sich. So lässt sich die App etwa auch über eine PIN oder mit Fingerabdruck und Face-ID schützen. Der Inkognito-Modus ist allerdings bislang nur in der iOS-Version verfügbar. Insgesamt ist den Entwicklern der App ein guter Start gelungen, das Surfen geht allerdings noch nicht so rasant wie bei Firefox klar. Der KeepSafe-Browser ist kostenlos für Android sowie iOS verfügbar. Der auf Chromium basierende Brave-Browser ist schon länger in den Stores zu finden. Von den drei Kandidaten ist diese App wohl die mächtigste gegen die Datensammelwut der Internetkonzerne. Der quelloffene Brave-Browser blockiert konsequent jeden Versuch, in die Privatsphäre der Nutzer einzudringen. Dazu gehören Cookies genauso wie Zählpixel oder andere Tracking-Methoden. Der integrierte Ad-Blocker leistet ebenso zuverlässig seinen Dienst. Mittlerweile gibt es sogar die Möglichkeit, Webseiten in einzelnen Tabs über das Tor-Netzwerk anzusteuern, um damit potenziell jede Rückverfolgung ausschließen zu können. Dem Brave-Browser gibt es kostenlos für Android und iOS.